Ich habe jetzt noch mal einen anderen Schmutz. Wie können wir mich eigentlich machen? Wie können wir Taxi helfen? Taxi, ja. Ja, gut. Ja, Jungs, das Taxi kommt jetzt nicht. Oh Mann, was wollen wir jetzt nicht? Warten, oder wie? Ja, Jungs, aber wir können mal mit der Waldbahn fahren. Oh, ja, das ist echt eine gute Idee. Ich könnte mir ganz kurz am Handy schauen, wann die nächste Waldbahn geht. In einer vierten Stunde bitte kommen. Sicher unterwegs zu jeder Zeit. Die Waldbahn bringt sie heim. Jetzt auch von Gottes Zell nach Fichtach.